Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. So, meine Damen und Herren, der französische Komponist Eric Levy ist der musikalische Kopf und Erfinder des Projekts ERA. 1998 gab es bereits Gold und Platin in insgesamt 18 Ländern. Ein neues Album ist nun da, das heißt The Mass. Zitate aus Karl Orffs Camina Burana. Am 8. Juni war immer die Uraufführung dieses Werkes in Frankfurt am Main. 1937 war das christliche und heidnische Lieder und mittelalterliches Vereinen Elemente wie Kult, Mysterium, wie Gebärde, Tanz und Rhythmus. Und hier ist die Gruppe ERA. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020